ARD Text im Auftrag von Funk 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 BROKEN ist dieses Cut von dir, Ike Das war gerade verwirrend Deswegen hab ich auch nach rechts geguckt Ja, eine A hinten Eine Quickliste Oh, da war noch eine, ein habe ich nicht Und noch eine Quickliste Er war in der rechten Seite Ja, grüne Kiste Ja, ja, das Ding, äh, Flussbett Flussbett, Ike, Flussbett Der ist durch, unsere Seite Auch ein Hügel drauf Keine Chance, ich hab gepeaked bei A hinten down Scheiße, Liga Das ist nicht schlecht Ah, das war schade Ja, ja Pass mal mit der Ja Ne Nein Nein, 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 nein Nein, nein, nein Geht es? Doch, ne, ist halt nix hinter der Bombe, Digga Mach den Challenge Habe ich angehittet Oh, zwei Smokes Einer auch noch Er hat sich nicht gezeigt Wir sind nur noch hinter B Er hat sich nicht gezeigt Er ist nur noch hinter B Steine Berg, One-Shot, Berg, One-Shot Einer ist Blue, einer Berg Blue seh ich nix, Digga Wer ist da? Entferne in der Mauer oder in der Blue direkt Probier einfach zu legen, oder? Das ist deren Smoke, deren Smoke, Digga Ich dann entgegen, Alter Wer kommt links, Truck? Der, 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 der Einen habe ich, Truck? Der, 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 der Bombe direkt Nice, Digga, schön We've got him on the road Don't let your guard down Du auch, Cleoro Dankeschön Let's go Ja, Mann Ready for Techno Ready for Techno? Ja, Mann Ascens identified We need to keep them intact Ne, gleich mit hier Einer mit Einer mit Was? Das ist so Bullshit, Alter 2 auf A waren 2 auf A waren Oh, Digga, genau Deine Waffe ist die ruhigste M4 der Welt, Alter Ist klar Oh, was ist denn die Preise? Seine 4 die Laser des Todes, Alter Ich versteh's nicht Ja, das ist ja total cool In dem Kopf Ja, das war da Kacke, ne? Alles, die Runde Also die waren zu 2 auf A oder D Wenn meine so lasern würde, Digga Eigentlich brauchst du da ein bisschen Token Wenn ich mit deinem Ego Ego Ja, wir müssen aufpassen Die kommen unterhalb von Cut A Also Broken Und Einer ist Broken Einer kommt bei Schaden und Gang da durch Und einer kommt BH BOMBERS IN PLAY ATTACK THE WEAPON CASCHES Wie sonst Eine Top 2 Eine Kiste Und eine Top 2 Eine Kiste Ja, das ist ein Tor Ich bin gefühlt Ich habe einen Auf den Gangspieler Ich schaue es noch nicht Ich warte gerade auf den Cut-Spieler Kommt nicht Soll ich rein sein, Cleo? Ja, komm rein, jetzt dann Der ist hinter uns Ach, ne Der ist in den Dings Der ist in den Tunnel dabei Bei dem Grund Ist da ein Holzgang oder was? Hier? Der entwegs Soll ich versuchen zu planen? Du bist da hinten Naja, noch Ich, ich versuch's einfach Der ist überall 11, ne? Er legt an einfach Planting the bomb Secure the area Im entwegs Debschreiter Mit ein bisschen Der bomb hat geplant Jetzt wurde es geplant Ja, noch das Oh! Jetzt habe ich ihn zurückgelasert, Digger Jetzt habe ich ihn echt zurückgelasert Ich hab da alles, die können dann nur bei Ranspair außen kommen, den Rest seh ich alles. Da schlug ich ja meistens mit ihr, damit du bei außen kippen kannst. Das brauchst du auch nicht, wenn du die Aufklärung spielst. Helf ruhig Clero mit, mach das ruhig. Also einer, ich werfe den nicht, ne? Asset Locations confirmed. Defending them is critical. Einer macht was? Flussbett hinten an der Ecke, wo man runterkippt. So, ja. Ne, trotzdem, Digga. Ja, aber hinten ist Flussbett. Ja, da war er doch. Nein, nein, neben. Äh, Mitte war einer. Ranggefägt Zero Hüste. Ja, ich nicht. Flussbett durch, Flussbett durch, Flussbett durch schon. Ich hab einen. Nein, es war der, es war der. Flussbett hab ich jetzt keinen gesehen. Ah, Flussbett durch, Flussbett durch schon. Nein, nein, es war der. Nein, nein, es war der. They're hurting, let's send them home. Wuh. 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 Nein. Nein. Woh. Wollte sie auf deine Stats aufmerksam von Cleo? Nein. So. WDM A. WDM A, ja. Gut, dann machen wir den Cast. Ich glaub die Stehnsitz, die auch auf G 1. Bomb ist in Play, attack the weapon caches. Ich habe B-Bombe... Ich habe B-Bombe. Ich habe B-Bombe. Ich habe B-Bombe. Das ist ein U-Bombe. Ich bin doch auf der Weg, das ist ein U-Bombe. Sein. Wir sind vorüberüber. Wo ist ja die Bombe denn? Die Bombe hat sich in der B-Bombe gelegt. Ein B-Bombe direkt zu links von dir. Das ist der Weg, what's in the next round? Das ist der Weg, what's in the next round? Ja, ich war ja am Spot, das war... Was ist das, Gas? Also ich vermute, mach du mal mit und ich geb ihr außen Ja, wir haben eben noch keine A-Runde durch, also irgendwas müssen wir umstellen Ich geh gleich mal prunnen Eine Endback-Pose Boah, mega, wie eine Endback-Pose, wenn auch noch ein Sniper ist Und grüne Kiste, Digga, Endback-Pose und grüne Kiste Einmal wie bei der grünen Kiste Da ist immer noch eine grüne Kiste Ist das David? Bleib weiter an Schön, Junge Grüne Kiste hat gemounted Ok Deswegen hat er mich nicht im Blick gehabt, da hab ich ihn schnell weggeschossen Ich komm jetzt In sein Gesicht In sein Gesicht Weil ich hab den auch echt großartig getroffen, das war ein bisschen ärgerlich Oh, woher kenn ich das? Das sind die Kackalack-Dinger Boah, mate, Endy will der weh weh Das ist das Das ist das Das ist das Das ist das